Und jetzt drücken wir Elisabeth Meier die Daumen. Fährt mit einfach einer unglaublichen Frequenz. Fährt, was unglaublich großartig Boden gut macht. Dann diese fantastische, diese Vorsicht, die dieses Pferd einfach hat. Diesen wundervollen, natürlichen Instinkt. Und jetzt geht's auf die Schlussmeter. Und jetzt fliegt sie ins Ziel. Jetzt fliegt sie ins Ziel und holt sich den Siegcamp. Let it shine, Elisabeth Meier. Und zwei großartige Sieger. Zwei großartige Sieger haben wir. Das ist zum einen, das ist zum einen Elisabeth Meier, die es in Perfektion hier gemacht hat. Nicht zu viel zu bestimmen. Sie reitet hier eben zu diesem blauen Ochser. Wirklich ritt sie ein bisschen raus. Sie kam wirklich entspannt in diese Ochser-Steil-Kombination. Danach sogar komplett außenrum. Und trotzdem reicht es hier um die schnellste Runde. Im letzten Jahr Siegerin im Championat hier gewesen. In diesem Jahr soll es der große Preis sein, den sie hier aus Chemnitz mitnimmt. Zwei tolle Sieger in dieser Mittenmeier und diese Eldorado-Stute. Diese achtjährige Let it shine. Congratulations!